Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk in Burkhardt-Müller-Holm. Guten Tag, liebe Hörer, wir haben den 7. April 2024. Herzlich willkommen und ebenso herzliche Grüße an die öffentlich-rechtlichen Kollegen in ihren Festungen der Wahrheit und Gewissheit. Natürlich sind sie über allemaßen empört darüber, dass es offenbar ein paar Abtrünnige in ihren Reihen gibt, ein paar Heretiker, die mit einem Manifest namens Meinungsvielfalt.jetzt einen Art Aufstand geprobt haben. Die kritisieren, dass Meinungsmache und Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Sendern verschwimmen. Sie sagen, innere Pressefreiheit existiert derzeit nicht in den Redaktionen. Und sie beklagen überhaupt eine Eingrenzung des Debattenraums. Die Reaktionen von ARD und ZDF und Deutschlandradio waren allerliebst. So hieß es beispielsweise von Seiten der ARD, dass ein Dokument wie das genannte Manifest erscheine, sei Ausdruck der Tatsache, dass in den ARD Medienhäusern Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit herrschen. Alf Schuler, selten so gelacht oder ist das ein triftiges Argument? Ja, wenn einem die Argumente ausgehen, greift man halt auch zu solchen. Es ist ja kein offizielles Dokument der ARD oder gar irgendeiner Intendanz gewesen, sondern es sind Leute, die es sich unter Einsatz bestimmter Nachteile, die sie in Kauf nehmen müssten, leisten können, einfach mal zu sagen, was sie über den Laden denken, der sie zuweilen beauftragt. Und das ist schon sehr spannend. Und die Reaktionen waren deshalb eigentlich auch ein bisschen amüsant, weil man erklärt hat, das sei ja eigentlich völlig unbedeutend. Und auch die Verfasser seien ja eigentlich im Kern gar nicht so bedeutsam. Gleichzeitig griffen aber alle es auf, um zu sagen, wie unbedeutsam dieses Papier sei. Also man müsste sich dann schon entscheiden, ob man es registriert und ob es ein Ausweis von Demokratie ist oder völlig unbedeutend. Dann kann man es auch weglassen, wie so vieles, was in den Öffentlichen weggelassen wird. Jedes Volk hat 80 Prozent Mitläufer und eine kleine Gruppe von Leuten, die das tun, was ihr selbst oder was ihr Gewissen ihnen vorschreibt. Das heißt also, in der Bundesrepublik haben wir den Vorteil oder hatten wir den Vorteil, dass es eine sehr weich differenzierte Verlags- und Zeitungslandschaft gibt. In der DDR oder in Russland oder sonst wo oder in China ist das natürlich sehr reguliert und sehr eingeschränkt. Deshalb ist der Zugriff des Staates via Propaganda viel einfacher als hierzulande. Dennoch denke ich mal, die Leute, die heute so laut schreien und permanent die Weimarer Republik ins Feld führen und Wannseekonferenz und so weiter, die Leute würden reihenweise umfallen, wenn es nochmal in 1933 geht, weil die haben diese große Sehnsucht des Dazugehörens. Und der Journalist, um jetzt auf diese Spezies zurückzukommen, der muss eigentlich die Sehnsucht haben oder das Bedürfnis haben, sich zu unterscheiden, anders zu sein als die anderen und nicht mit dem Auftrag, nach Bagdad zu fahren oder nach Tripolis, weil der Chefredakteur die und die Reportage wünscht, sondern er muss seinem Chefredakteur sagen, du schickst mich da drin, nicht ohne Grund, aber ich komme mit dem Ergebnis zurück, was ich dort gesehen, gehört, gelesen und erfahren habe. Das heißt also, mehr Mut im Alltag. Also nicht dazugehören, das ist die Forderung. Und einer hat ja mal gesagt, sich nicht mit einer Sache gemein machen, das sei das Zeichen für einen guten Journalisten, Henning Rosenbusch. Ich denke eher, es ist eine Medienkrise mit bestimmten Auswirkungen auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Seit dieser Woche gibt es ja ein neues Disziplinarrecht für Beamte und da können Beamte also jetzt ohne Gericht aus dem Staatsdienst entfernt werden. Ihr habt es alle gelesen. Weswegen sie entfernt werden, das müssen sie dann selber beweisen, dass das nicht zutrifft. Ja, Heimo Schweg. Ja, das ist ganz gut, denn das zeigt schon den operativen Charakter dieser Verfassungsauslegung. Denn es wird ja nicht nur versucht, die Meinung auszuhebeln, also ein Grundrecht, sondern es wird versucht zu kriminalisieren. Also man sucht dann die Organisatoren oder die Menschen, wie jetzt in Potsdam, die das und das gesagt haben, um es dann in Politik umzusetzen. Also man versucht schon, von der Meinung zur Tat zu kommen, um dann die Leute zu kriminalisieren. Das ist jetzt zum Beispiel mit dem Disziplinarrecht wunderbar. Da kann man dann die Leute, die sich vielleicht wählen lassen wollen oder da mitmachen wollen, denen kann man den Geschmack verderben, indem man ihr Berufsbild in Frage stellt. Das heißt also, man geht sehr viel subtiler vor. Die Meinung wird sozusagen umgangen. Es wird operativ versucht, die Leute, die diese Meinung haben, in irgendeinem Kontext zu stellen. Zum Beispiel Corona-Demonstration Berlin, wo dann so eine Handvoll Spinner den Reichstag, die Treppe hochgegangen sind und Fahnen aufgepflanzt haben. Und das wurde dann zu einem Trumpschen Sturm aufs Parlament umgedeutet. Und auch jetzt das Vorgehen gegen die Reichsbürger von Frau Faes und so weiter. Da wird permanent gesucht nach der Stecknadel im Heuhaufen. Da wird permanent versucht, diesen Meinungen operative Maßnahmen zur Seite zu stellen, um das Verfassungsrecht am Ende dann doch durchzusetzen. Und das ist das Problem. Da ist absolut was dran. Das neue Dienstrecht sieht unter anderem vor, dass anders als früher, wo der Arbeitgeber dem zu Entlassenden nachweisen musste, welcher Vergehen er sich schuldig gemacht hat, es jetzt dem Bediensteten anheim gibt, erst mal freigestellt, dann doch zu klagen, dass er wieder reinkommt. Mit allen Kosten und allen Unannehmlichkeiten. Bis hin zum Entzug der Pension übrigens. Und das wäre zum Beispiel denkbar, dass man Herrn Maaßen nachträglich jetzt seine Pension aberkennt wegen politischer Missliebigkeit. Das ist völlig irre, so etwas einzuführen. Immer mit dem Verweis darauf, dass ja man wachsam sein müsse gegenüber Neurechten oder anderen Verschwörungen. Und zu allem Überfluss hat man dann auch noch einen Polizeibeauftragten ins Amt eingeführt, der witzigerweise am ersten Tag seiner Berufung erst mal erklärt hat, dass Mitgliedschaft oder Unterstützung der AfD sich für Polizisten nicht gehöre. Und das ist einfach nicht Aufgabe eines Beauftragten, in die private politische Lebensführung von öffentlich Bediensteten Tipps zu geben. Aber das ganze Amt ist so zugeschnitten, dass dieses kein Beauftragter ist, wie etwa der Wehrbeauftragte, der als Kummerkasten für die Polizisten dient, sondern es ist ein Sonderermittler in die Polizei hinein, der neben den Staatsanwaltschaften ermitteln darf, der Polizeiwachen betreten und sich Dienstakten ziehen darf, der im Prinzip eine manifestierte Misstrauensfunktion gegenüber den Schutzbefohlenen der Polizei ist. Dass die Polizeigewerkschaften da gegen Sturm laufen, das ist völlig nachvollziehbar. Und zufällig, ist ja reine Koinzidenz zeitlicher Art, hat man 400 Polizisten gefunden und sofort ausgerufen, die irgendwie rechtsextremistisch seien und gegen die jetzt Ermittlungen laufen. Wegen Verschwörungstheorien oder weiß man nicht. Vielleicht waren sie auch gegen Corona. Ja, Henning, hast du schon nähere Erkenntnisse über die Polizisten, wie es denen jetzt geht? Es sind ja nicht nur die Polizisten, es ist ja mittlerweile jeder betroffen von sowas. So eine Beobachtung hat ja auch Folgen. Man hört ja davon, dass Konten gekündigt werden, dass sich der Verfassungsschutz irgendwie mit Vermietern von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, also das hat ganz konkrete Folgen für alle und natürlich auch für die Polizei. Und es hat ja auch schon im Gestapo-Vergleich gefallen von Herrn Jörges. Das gab es auch im Nationalsozialismus, ja, obwohl man dort ohnehin schon aussortiert hat und Leute vor Gericht gestellt hat, mit Gesetzen und mit einer Rechtssicherheit, dass zumindest die Leute wussten, was ist jetzt noch erlaubt und was darf man noch sagen oder was darf man noch tun und lassen. Es wird immer schwammiger und selbst im Nationalsozialismus sind Einschätzungen von Leuten gegeben worden, die wurden damals als Meckerer bezeichnet. Politische Beurteilungen, die sollten dann über das Verhalten eine einzelne Auskunft geben und das hat man auch dann natürlich gemacht, bevor man irgendwelche Leute in Behörden eingestellt hat. Ja, und da wusste man eben schon von vornherein Bescheid, wer für gewisse Pöstchen in Frage kommt und das macht natürlich auch etwas mit einer Gesellschaft, weil ich glaube, es ist ein normales menschliches Verhalten, dass man sich irgendwo ein bisschen anpasst und nicht anecken will und natürlich auch, dass man aufsteigen will und dass man mehr Geld oder in der Position aufsteigen will oder dass man Lob bekommt von den Vorgesetzten. Ja, wenn man dieses ganze Verhalten irgendwie regierungskritisch zu sein oder kritisch bezüglich Themen zu sein, jetzt schon halbwegs kriminalisiert und unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, ja, dann muss ich mich schon fragen, wo wir da wieder hinkommen. Es ist schon eine ganz klare Drohung- und Einschüchterungsstrategie, die da gefahren wird. Auch wenn man auf diese 400 Ermittlungsverfahren verweist, man muss sich einfach klar machen, dass im Aufgabenbereich der Polizei 278.000 Leute in Deutschland arbeiten, Bundespolizei und Länderpolizei. Und dann gibt es 400 Ermittlungsverfahren, zumal man noch nicht mal weiß, wogegen da ermittelt wird. Das ist einfach eine gezielte Anscheinzerweckung, dass es irgendwelche Netzwerke gäbe, die allerdings, wenn es sich in diesen Größenordnungen beläuft, vernachlässigbar wären. Das ist völlig irre, was dort passiert. Ralf, deine Einschätzung würde mich auch interessieren. Die Ursula von der Leyen hatte ja doch relativ viel sichtbaren Dreck am Stecken mittlerweile. Und so wie sie in Form eines Hütchenspiels ja an die Macht gekieft wurde damals, das war ja in irgendwie einer durchwachten Nacht, plötzlich kam sie auf den Siegerposten und niemand hatte sie wirklich auf dem Schirm. Genauso kann sie auch wieder aus dem Spiel genommen werden, oder glaubst du das? Ja, aber ich sehe niemanden, der ein Interesse daran hat. Es ist zwar wahr, dass uns bis vor kurzer Zeit das Spitzenkandidatenprinzip, also dass man auf dem Wahlzettel den Spitzenkandidat wählt und der wird dann Kommissionspräsident, immer als urdemokratisch verkauft worden ist. Jetzt ist Frau von der Leyen Spitzenkandidatin und sie tritt gar nicht an für die Wahl zum Europaparlament. Also sie steht auf keinem Wahlzettel und wird sozusagen qua Hinterzimmer weiter im Amt bleiben, wenn sie denn dahin kommt. Das ist alles ein bisschen albern und die Union hat sie mit großem Applaus in Bukarest auf ein Schild gehoben. Und ich war letztens bei einer Unionsveranstaltung hier in Berlin, wo ein empörtes Mitglied aufstand und war, wie kommt ihr auf die Idee, Frau von der Leyen zu nominieren? Und da sagte dann Friedrich Merz, naja, die Alternative wäre, dass Hofreiter es geworden wäre. Wenn das der einzige Grund ist für einen Kandidaten, dass der andere noch schlimmer ist, dann ist das auch kein gutes Zeichen für die Demokratie, was das Verfahren betrifft. Das ist, wenn ich es richtig weiß, ein vergaberechtliches Verfahren, weil sie bei der Bestellung von Impfstoff und anderen Dingen da die nötigen Prozedere übergangen hat. Das war damals eigentlich von allen so gewollt. Und wo es niemanden gibt, der ein massives Interesse hat, an ihrem Stuhl zu sehen, sehe ich auch nicht, dass so ein Verfahren am Ende zu irgendeinem Ergebnis führt. Die bisherigen Affären von ihr sind ja eigentlich auch folgenlos geblieben. Das Löschen der Handys und die Berateraffäre und so weiter. Das gehört zu den frustrierenden Momenten im Journalistenleben, dass man solche Listen machen kann von Verfehlungen von Politikern. Und sie sind alle folgenlos geblieben. Und man ahnt, dass sie sich ins Fäustchen lachen und sagen, du bist ein ganz armer Wicht. Aber schreib es ruhig nochmal auf, wenn es dir danach besser geht.